Musik So, KI3 ist nach wie vor Landstraße Hauptstraße bei der Uhrenstation Beatrixgasse. Wir haben jetzt den Herrn Temel vor der Linse. Und da gibt es ein ganz interessantes Thema mit einem Baum, der bedroht ist. Genau. Ja, nein, auf der Landstraße Hauptstraße 32 im Hinterhof gibt es einen wunderschönen großen Götterbaum, der leider von der Fällung bedroht ist, weil die Hausinhabung dort im Hof ein kleines Bauwerk richten möchte mit vier Wohnungen, was zwar ganz toll wäre, weil das Schlüssel da im Hof schon sehr verfallen ist. Das war übrigens so der Fotojobst und war früher mal. Aber der Baum lebt noch und ist gesund und sie haben ein Ungutachten bekommen, dass irgendwo ein Schimmelpilz wäre, was bei Bäumen nicht ungewöhnlich ist, ist auch bei Jüngeren. Aber er soll gefällt werden und die anderen wollen den Schatten behalten und das ist natürlich sehr ungünstig und dass er wegkommen sollte und es gibt keine Hinweise auf Nachpflanzungen. Das heißt, die Anleiter wehren sich gegen die Fälle und wir helfen ihnen gerne dabei. Und ja, der Stand ist, der Baum steht noch, zum Glück. So, ich sage einmal Danke, damit ist KI3 wieder einmal punktgenau am Zeitgeschehen und ich wünsche viel Glück für den Wahlkampf. Dankeschön. Ich wünsche allen Parteien viel Erfolg und sage Danke. Dankeschön, auch Ihnen.